Und der frühere CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, der spricht sogar von einer vertanen Chance. Man hätte eben einfach auf dieses Rezo-Video letzte Woche prompt reagieren müssen und nicht so weit. Das ist alle der Unsouverän. Also es ist in der Diskussion, nicht nur außerhalb, ob innerhalb der CDU ist. Was sagen junge Christdemokraten zum Auftritt ihrer Parteichefin? Darüber sprechen wir gleich mit der Jungen Union hier. Die Autofahrer auf der Asiten Hamburg-Hannover. Da wird der Vorsicht, es hat einen Unfall gegeben zwischen Schwarmstedt.